Also Uli Wegner sagt, verkehrsbildend geschuldet haben sie sich nicht ordentlich warm gemacht. Aber wie gesagt ist man kein Showtraining hier, sonst gehen die Jungs Kopfabärmte bringen. Und wir versprechen, dass sich kein Boxer eine Bauchmuskelfaser-Rissus sieht wie Klitschko neulich, sodass es stattfinden kann. So waren sie zu Doktor. So, bei Klitschko sieht man hier steht eine Rechtsauslage, das heißt die rechte Hand vorne, die Führungshandel, die nicht da hinten stark haben. Die Mehrheit der Boxer liegt umgekehrt, also nichts zu schlagen. Klitschko war für Juniorfeldmeister nach der Version der WBC und der Titelpfleger, also Meister der europäischen Union. So, dann hast du das Auge gekriegt, nicht mehr, muss es klappen. Auf Wiedersehen. Mal. Körger. Körger. Vielen Dank.